Ich bin Dominik Breitschuh. Ich spiele auf der Point Guard- und Schwingler-Position. Ich spiele jetzt meine 14. Saison Basketball, die zweite für den EBC. Zuletzt war ich für das Mbbl-Team der ISB in Bremenhaven aktiv und mit den EBC möchte ich gerne in die Probeer aufsteigen und dafür brauchen wir eure Unterstützung. Also, let's go Sea-Wolves!